Du hörst den Genius Alliance Podcast, mein Name ist Norman Müller und wir werden uns heute um deine Ziele kümmern. Ich habe heute Nachrichten gehört, dass der zweite Lockdown ansteht, jetzt am Mittwoch geht es los, das Ganze geht bis 10. Januar. Danach wird sich das nach meinem Empfinden auch nicht wirklich erholt haben, aber wir hoffen, dass es in irgendeiner Form zumindest eine Stabilisierung gibt. Aber ich vermute, das wird Mitte bzw. Ende 2021 erster Fall sein. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir uns heute um Ziele kümmern und umso wichtiger, dass ihr euch um euer digitales Business kümmert. Ich möchte euch da helfen, also wenn ihr Bock habt, bitte einfach GeniusAlliance.com eingeben, dort kostenfreies Strategiegespräch. Wir unterhalten uns, wir lernen uns kennen und ich schaue einfach, was können wir für dein Business machen. Also wirklich anrufen kostet dich nichts außer Zeit, deswegen einfach zum Hörer greifen bzw. das Formular ausfüllen und dann sprechen wir uns. Heute geht es um das Thema Ziele. Ich habe zwei Bereiche, die ich mit dir hier in diesem mentalen Workout beleuchten möchte. Einmal geht es um die strategische Methode, um Ziele zu erreichen, aber die allein reicht nicht. Deswegen habe ich da noch die Genius-Methode draufgeschraubt, damit ich auch wirklich sicher gehen kann, dass du deine Ziele erreichst. Wir machen eine kurze Unterbrechung und dann geht es los hier. Viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Du hörst den Genius Alliance Podcast. Du bist Unternehmer und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen? Dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hoch spezialisierten Digitalexperten. Der Genius Alliance Podcast. Von und mit Founder und CEO Norman Müller. Steile These, mit der Genius-Methode erreichst du jedes Ziel und genau das meine ich auch ernst, denn, und das bitte mal auf der Zunge zu gehen lassen, weniger als ein Prozent der Leute oder Menschen da draußen haben ihr Ziel klar formuliert. Weniger als ein Prozent. Jetzt erklärt sich auch, warum so wenige erfolgreich sind. Weniger als ein Prozent der Leute haben ihre Ziele klar formuliert. Das bedeutet mit klar formuliert nicht, hey, das kann ich dir erzählen. Drei Sätzen erzähle ich dir mein Ziel. Das meine ich nicht, sondern ich meine aufschreiben. Ich meine wirklich mal formulieren. Schublade auf, Ziel rausnehmen, vorlesen. Wer von euch da draußen macht das? Würde mich mal echt interessieren. Also in die Show Notes gehen, dieser Podcast-Folge. Dort gibt es eine Telegram-Gruppe zu diesem Podcast. Bitte mal reinschreiben, wer hat seine Ziele formuliert. Weniger als ein Prozent laut Statistik. So, und das ist genau unser Problem. Denn hast du keine oder wenige Ziele, dann hast du eine große Energieverschwendung in deinem Leben, weil du reagierst die ganze Zeit nur. Du fühlst dich oft so abgeschlagen, weil die Leute irgendwas von dir erwarten und du versuchst so Feuerwehrmann, Feuerwehrfrau zu spielen und irgendwelche Feuer zu löschen. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Also hast du keine oder eher wenige Ziele, dann bist du eher in der Reaktion. Und das müssen wir umkehren, das müssen wir ändern, indem du deine Ziele definierst und nicht nur eins, sondern mehrere und deine Energie wie so ein Laser ausrichtest und fokussierst. So, das heißt, du wirst deine bewusste und unbewusste Wahrnehmung für all die Chancen schärfen, die sich dir ergeben, weil du genau weißt, wo du hin willst. Jetzt, nochmal, das ist echt wichtig jetzt, wenn du dein Ziel erreichen willst, aber wenn du dein Ziel ganz klar vor Augen hast, wir gehen gleich die Methoden durch, und den Fokus und deine Energien darauf ausrichtest, dann wird alles sich in dir, bewusst oder unbewusst, dahingehend ausrichten und du wirst die Chancen bewusst oder unbewusst wahrnehmen und nutzen. Und das führt dich zu deinem Ziel. So einfach ist das. So, wie machen wir das? Das ist ja jetzt auch wichtig. Wie gesagt, ich habe es beim Intro schon gesagt, es gibt eine strategische Methode und eine Genius-Methode. Die strategische Methode ist immer das, was man so in den Büchern liest. Also schreib mal auf, was willst du wirklich erreichen? Wann willst du dein Ziel erreichen und wie kommst du an dieses Ziel? Das sind so die klassischen drei strategischen Schritte, um dein Ziel zu formulieren, um es dann auch zu erreichen. Was will uns die Strategie sagen? Die Strategie ist ja nur eine reine Kopfsache, also reine Ratioebene. Also was will ich erreichen? Das musst du so klar wie möglich formulieren. Stell dir vor, du möchtest etwas kaufen. Die Herren der Schöpfung vielleicht ein Auto, vielleicht die eine oder andere Dame auch. Ich würde gerne eine Tasche kaufen. Ich persönlich mag Taschen und deswegen möchte ich eine Tasche kaufen. Jetzt ist mein Ziel, nächsten Monat nicht diese 3000 Euro Tasche zu kaufen, sondern ich stelle mir ganz genau vor, was diese Tasche kann. Wie sieht diese Tasche aus? Wie fühlt sich diese Tasche an? Wie riecht diese Tasche? So nach neu oder neues Autofahren. Sitze ich rein und riechst das wirklich? Ich stelle mir ganz genau vor, wie viele Fächer diese Tasche hat. Was dort alles reinpassen muss. Wie das mit meinem Kleidungsstil kombiniert wird. Wie ich diese Tasche tragen kann auf der Schulter, in der Hand oder unterm Arm. All diese Details und ich gehe da noch tiefer rein. Ich stelle mir richtig vor, wie ich in diese Tasche meinen ganzen Kram reinpacke und das feiere, wie viel da reingeht in so eine Tasche. Verstehst du, was ich damit sagen möchte? Du kannst ein Ziel formulieren und sagen, ich brauche eine Tasche oder ich will eine Tasche und die ist teuer und okay. Ich setze mir das aber jetzt als Ziel, ich will die in zwei Monaten kaufen. Das reicht nicht. Wenn ich meine Ziele formuliere, dann schreibe mal wirklich so drei DIN A4 Seiten zu deiner Tasche auf. Und du wirst feststellen, je mehr du dich darauf einlässt, umso mehr du formulierst, was diese Tasche ausmacht, desto mehr wird deine Energie darauf fokussiert werden. Jetzt stell dir mal vor, blödes Problem. Du sagst, du willst eine Tasche und nach zwei Monaten kaufst du irgendeine, um eine zu haben. Du kannst zwar sagen, ich habe mein Ziel erreicht, ich habe jetzt eine Tasche. Aber es ist nicht die Tasche, die du möchtest. Katharina ist das so gegangen, die hat ein Haus gekauft damals und hat sich dieses Haus ein halbes Jahr vorher vorgestellt. Sie hat gesagt, hey, das Haus, das muss so und so oder muss am See sein und das soll ein Holzhaus sein und so weiter. Und dann hatte sie nicht irgendwie Zeit, sich da noch tiefer reinzudenken. Und am Ende war das Haus tatsächlich da. Es war am See und es war alles so, wie sie sich das vorgestellt hat, aber es war am Ende rot. Also musste sie das Haus streichen. Sei also präzise oder du hast ein rotes Haus. Okay, und wann will ich dieses Ziel erreichen? Nicht so wischiwaschi in den nächsten fünf Jahren. Dann präzise, was möchtest du 2021 erreichen? Sei präzise. Sei in der Formulierung, was du erreichen willst, präzise und so präzise, wie du noch irgendwie kannst. Und auch in der Beschreibung, wann du das Ziel erreichen möchtest, genauso präzise, indem du sagst, okay, 2021 ist mein Jahr und ich werde das in diesem Jahr erreichen. Und auch, dritter Schritt, in der strategischen Methode, wie komme ich an dieses Ziel? Beispiel, diese Step-by-Step-Anleitung, muss ich mir ganz genau überlegen, wie ich an dieses Ziel komme. Stell dir vor, du möchtest jetzt zum Bahnhof. Du weißt ganz genau, ich laufe dorthin, nehme mir dort ein Taxi, fahre mit dem Taxi in die Bahnhofshalle oder an die Bahnhofshalle. In der Bahnhofshalle gehe ich zum Fahrkartenautomaten, von dort aus ans Gleis und warte und steige in den Zug, wenn er da ist. So, ich habe einen ganz klaren Prozess, eine ganz klare Vorgehensweise, wie ich in diesen zukomme. Das ist mein Ziel. Und wir haben oftmals so irgendwie was im Kopf und sagen, ja, da würde ich gerne hin, aber wir haben überhaupt keinen Plan gemacht. Ja, es lohnt sich also jetzt diese Feiertage, diese Zeit der Besinnung zu nehmen und auch diese Corona-Lockdown-Zeit zu nutzen, um mir mal wirklich klar zu machen, was will ich eigentlich? Ja, wo will ich hin und wie mache ich das? Wie komme ich da hin? Sorry, ich muss hier kurz unterbrechen. Du hörst diesen Podcast hier, weil du dir das schnelle Geld durch die Digitalisierung deines Unternehmens erhoffst? Dann ist das hier definitiv der falsche Sender. Ich kenne genügend Unternehmerinnen und Unternehmer, die vor allem sehr viel Zeit in digitale Geldvernichtungsmaschinen investieren. Wenn du in den letzten drei Monaten keinen relevanten Umsatz im digitalen Markt gemacht hast, empfehle ich dir dringend von diesem toten Pferd abzusteigen. Das muss ich an dieser Stelle so klar auf den Punkt bringen, weil du hier sonst noch mehr deiner wertvollen Zeit verschwendest. Wenn du bereits ein Unternehmen führst und selbst das Gewicht der Verantwortung für deinen Erfolg oder Misserfolg tragen kannst, dann sollten wir uns in einem für dich kostenfreien Strategiegespräch darüber unterhalten, wie wir dein Geschäftsergebnis mithilfe eines professionellen Markenauftritts, digitalen Geschäftsmodellen und der Online-Neukundengewinnung verbessern können. Buche jetzt gleich einen persönlichen Termin auf unserer Website www.genius-alliance.com. Den Link findest du wie immer in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Bis gleich. So, jetzt habe ich euch die Genius-Methode versprochen und die schrauben wir jetzt noch oben drauf. Damit wir dieses Ziel auch wirklich erreichen, reichen diese ersten drei strategischen Methoden nicht, weil sie nur im Kopf stattfinden. So, du musst also noch in eine Ebene tiefer gehen und sagen, okay, was ist dein Warum? Warum willst du dieses Ziel erreichen? Was motiviert dich? Was treibt dich an? Warum hast du genau dieses Ziel gewählt? Und warum ist das so wahnsinnig wichtig für dich, vielleicht auch für dein Umfeld? Die zweite Frage, die du dir stellen solltest, was treibt dich an? Ist es Freude oder ist es Schmerz? Bist du im Leidensdruck unterwegs? Hast du ein Unternehmen rein analog oder hast du ein digitales Unternehmen und der Umsatz fehlt? Oder du gewinnst keine Neukunden? Dann handelst du aus dem Schmerz heraus. Wenn du aber sagst, hey, ich will so eine geile Tasche haben, dann ist es vielleicht die Freude. Und du sagst, hey, ich will unbedingt diese Tasche haben. Und du musst es wissen. Du musst wissen, ob du aus der Freude oder aus dem Schmerz heraus dir dieses Ziel vorstellst. Und dann kriegt das nochmal eine ganz andere Perspektive. Und du wirst die folgenden zwei Fragen auch auf andere Weise beantworten. Wichtig, entscheide oder überlege dir ganz genau, ist es eine Zielsetzung aus der Freude heraus oder weil du musst. Beides sind wichtige Antreiber. Es geht nicht um das eine ist besser als das andere, sondern es geht darum, was ist deine Motivation dahinter, dieses Ziel erreichen zu müssen oder zu wollen. Die dritte Position der Genius-Methode ist, welche Auswirkungen haben deine Ziele auf andere und auf dich selbst? Was verändert sich, wenn du dieses Ziel erreichst? Was macht das mit dir? Was macht das mit anderen? Das ist eine total wichtige Frage. Ich wiederhole die Fragen gleich nochmal, damit ihr sie am Ende vielleicht aufschreiben könnt. Und was heißt vielleicht? Ihr müsst sie aufschreiben. Ihr müsst diese Ziele erreichen. Verdammt. Und dann beantwortet euch das Ganze mal und dann lest euch das mal durch. Und wenn ihr dann Fragen habt, einfach bei uns mal so ein Strategiegespräch führen. Das ist kostenfrei. Und dann können wir genau da mal einsteigen, wie es mit euren Zielen aussieht. Letzter Punkt in der Genius-Methode. Und das ist der wichtigste Punkt überhaupt. Ohne diesen Punkt wirst du deine Ziele in der Regel, sage ich mal, nicht erreichen. Also zu 95% wirst du ohne diesen Punkt deine Ziele nicht erreichen. Und deswegen ist die strategische Methode einfach zu wenig. Und deswegen musst du diese vier Punkte auf der Genius-Methode nach oben drauf packen. So, und der wichtigste Punkt ist, ich bin total aufgeregt, verbinde deine Ziele mit Emotionen. Verbinde deine Ziele mit Emotionen. Wenn deine Ziele nur im Kopf stattfinden, ist das zu wenig. Du musst aus der Ratio-Ebene auch auf die Herz- und auf die Bauch-Ebene gehen. Und dafür ist es notwendig, dass du deine Ziele mit Emotionen verbindest. Das heißt, stell dir vor, du hast dein Ziel erreicht. Stell dir vor, du hast dieses Auto, du hast diese Tasche, du hast dieses Ziel mit deiner Company erreicht. Wie geil ist das bitte? Was ändert sich für dich? Was ändert sich an deinem Lebensstil, an dem Umgang mit anderen Kunden? Wirst du vielleicht in die Lage versetzt, dir deine Kunden auf einmal auswählen zu können? Wie riecht dieses Auto, wenn du es abgeholt hast aus dem Autohaus? Brandneu. Wie riecht dieses Auto? Wie fühlt sich das Leder an? Wie ist das, wenn du die Tür zumachst? Wenn du dich reingesetzt hast, du machst die Tür zu. Wie klingt das? Also deine Emotionen, deine Sinne, alles das, was du dir so wunderbar vorstellst, wenn dieses Ziel erreicht ist, das musst du fühlen, da musst du hineinkriechen. Und wenn du das manifestierst, indem du zum Beispiel in deine tägliche Meditation das Ganze einfließen lässt, morgens vielleicht nach dem Aufstehen oder abends vor dem Zu-Bett-Gehen, dass du dir so eine Routine einstellst und sagst, hey, 30 Sekunden, mehr nicht. Du musst nur 30 Sekunden am Tag an deine Ziele investieren, sage ich dir jetzt hier. Vielleicht ist die Beantwortung der Fragen, die ich gerade alle gestellt habe, ein bisschen aufwendiger. Aber wenn du die Antworten hast, investiere jeden Tag 30 Sekunden, mehr nicht. Und stell dir vor, wie geil dieser Moment ist, wenn du dieses Ziel erreicht hast. Und stelle dich körperlich, geistig, mental voll auf dieses ganze Thema ein und versuch das zu fühlen, wenn das Ziel erreicht worden ist oder auch Etappenziele erreicht worden sind. Aber du musst es mit einer Emotion verbinden und damit verstärkst du den Effekt und die Ausrichtung deines Fokus auf das Erreichen dieses Ziels. Also verbinde deine Ziele mit Emotionen. Lebe das, freu dich, diese ganze Begeisterung. So, mach das wirklich nicht länger als 30 Sekunden jeden Tag. Warum? Weil du, je länger du darüber nachdenkst, schaltet sich irgendwann dein Hirn dazu und das sagt dann die ganze Zeit, ja, bist du dir sicher, dass du das wirklich erreichen willst oder kannst? Aber was ist denn, wenn? So, und dann geht es schon los. Ja, deswegen 30 Sekunden, Ende. So, ich fasse nochmal zusammen, sonst wird die Folge zu lang hier. Strategische Methode, was willst du erreichen? Wirklich präzise, 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 präzise. Sei klar und beschreibe das so detailliert wie möglich. Schreibe vier, die in einem Vierseiten, fünf, die in einem Vierseiten wollen damit. Wann willst du dieses Ziel oder diese Ziele 2021 erreichen? Schreib das auf. Wann willst du das erreichen? Wie kommst du an deine Ziele? Mach dir einen Fahrplan, ja. Was sind deine Zwischenschritte, was sind deine Milestones zu diesen Zielen? Wie kommst du da hin? Also das ist ganz wichtig. So, auf die strategische Methode, die Genius-Methode. Schritt 1, was ist dein Warum? Beantworte dir dein Warum. Geh noch tiefer in diese Ebene rein und erklär dir oder versuch dir zu beschreiben, was führt dich dazu, dieses Ziel überhaupt formuliert zu haben? Was motiviert dich? Ist es Freude oder ist es Schmerz? Werde dir dessen bewusst und mach dir das die ganze Zeit bewusst, während du diese Fragen beantwortest. Wichtig. Drittens in der Genius-Methode, welche Auswirkungen haben deine Ziele auf dich und auf andere? Was verändert sich bei dir? Was verändert sich in deinem Umfeld, in deiner Familie, bei deinen Mitarbeitern? Und der letzte Punkt, der wichtigste Punkt der Genius-Methode ist, verbinde deine Ziele mit Emotionen. Verbinde deine Ziele mit Emotionen. Mach dir jeden Tag 30 Sekunden Gänsehaut. und versuch dir vorzustellen, nicht versuch dir, stell dir vor, stell dir vor, es ist alles schon passiert, was du dir als Ziel gesetzt hast. Stell dir vor, es ist geschehen. Wie fühlt sich das für dich an gerade? So, und damit lasse ich dich allein. Probier es aus, bleib dran und nutz die Zeit jetzt. Das ist mein Tipp an dieser Stelle. Ich wünsche dir nur das Beste. Wir sehen uns bei Telegram gerne in unserer Podcast-Gruppe oder auf jedem Kanal dieser Welt auch immer. Bis dann. Ciao. Wir sehen uns bei Telegram gerne in unserer Podcast-Gruppe. Wir sehen uns bei Telegram gerne in unserer Podcast-Gruppe. Wir sehen uns bei Telegram gerne in unserer Podcast-Gruppe. Wir sehen uns bei Telegram gerne in unserer Podcast-Gruppe. Wir sehen uns bei Telegram gerne in unserer Podcast-Gruppe. Wir sehen uns bei Telegram gerne in unserer Podcast-Gruppe. Wir sehen uns bei Telegram gerne in unserer Podcast-Gruppe.